Yo Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 13.12. und somit starten wir heute in die zweite Hälfte des CSGO Adventskalenders. Heute gibt es vier Preise zu gewinnen und ich fange gleich mal mit dem Community Preis an, damit ich halt nicht vergessen was das für Skins sind. Der erste Preis ist hier halt ein Bundle mit diesem Graffiti, dem No Scope Geldschein Grün, der Nova Candy Apple, der Tech9 Groundwater, der P250 Boilforest und der MP7 Army Recon. Diese fünf oder vier Skins und seine Graffiti sind von dem lieben Luis. Luis hat mich darum gebeten, dass ich nicht sein Steam Profil, sondern sein, ich schätze mal, dass es sein YouTube Kanal ist, in der Beschreibung verlinke. Das ist der zweite Link für die Leute das interessiert. Ich sag mal danke Luis für die Skins. Der zweite Preis ist, was war das genau, der zweite Preis ist ganz klassisch, ganz klassisch, die AK47 Elite Bild. Der dritte Preis war, der ist jetzt etwas weiter hinten. Nur wo? Genau, hier ist er. Das ist der dritte Preis, die XM1014 Black Tie. Und der vierte Preis ist, jetzt muss ich da nochmal nach vorgehen, der vierte Preis ist die M4F4 Desert Strike. Für die Leute, die heute das erste Mal einschalten und bei meinem C-Squad wir jetzt teilnehmen wollen, erster Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu einem Video, in dem ich erkläre, was es zu gewinnen gibt, wie ihr teilnehmen könnt und noch ein paar Bonus-Inhalte, sag ich mal. Ja, ich glaube, genau. Bevor ich vergesse, gestern in dem Video habe ich ja gefragt, ob, weil mich ja mal, also einige darauf angesprochen haben, ob die Gewinner nicht zwei Tage aussetzen können. Das wollte ich aber nicht selber entscheiden, darum habe ich ja in dem letzten Video eine Abstimmung verlinkt gehabt. Und in dieser Abstimmung, die zeige ich euch jetzt mal, sind 53% gegen die zwei Tage und 47% für die zwei Tage. Also, die Mehrheit gewinnt, bleiben wir so, wie es wie wir es bis jetzt hatten, sodass die Gewinner vom Vortag halt immer einen Tag aussetzen. Und so wird es jetzt noch die Gewinner von gestern heute aus und die Gewinner von vorgestern können ganz normal wieder teilnehmen. So, das war mal so die Info. Entschuldigung. Und dann lasst uns auch gleich mal die Gewinner ziehen. Der erste Preis war das Bundle von dem lieben Luis. Der geht heute raus an den Marc Titze. Ich hätte jetzt schon fast das Z überlesen. Aber Marc, vergesst du nicht der Pass. Somit mal geht Z an dich. Du bekommst das Bundle. Der zweite Preis war die AK-47 Elite Builds. Die gewinnt heute der Chris. Chris war gestern ebenfalls nicht dabei. Somit geht Z an dich, Chris. Der dritte Preis war die Shotgun. Die gewinnt ein Trader Reno. Der Boy ist ziemlich oft dabei. Aber gestern war er nicht dabei. Somit ebenfalls auch wieder. Glückwunsch an dich. So, und der letzte Preis für heute ist die M4-4 Desert Strike. Die geht heute raus an den sympathischen Chris. Bekommt sie leider nicht. Denn er hat schon gewonnen. Und zwar war es die AK-47 Elite Builds. Mhm. Das heißt es gibt ein Re-Roll. Weil es kann nur täglich einer einen Skin gewinnen. Somit bekommt die M4-4 Desert Strike Pablo 5. So. Glückwunsch an dich. Das waren die vier Gewinner für heute. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert wer mich noch nicht abonniert hat. Und ja, dann sage ich auch gleich Ciao und bis morgen. Euer Alex. Euer Alex. heel out. Euer Alex. Euer Alex. Ich hole alle W We will always